5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, es gab ein paar Updates, es gab ein paar Neuigkeiten wieder, was so alles, ja, rundherum hier passiert ist und, was passiert ist, ich rede mal wieder, aber es ist einfach so, solange die da hinten noch ein bisschen reden und die Arenen vorzeigen und die Maps vorzeigen, möchte ich noch sagen, ich habe vor ein paar Tagen mal wieder mit ein paar Gumbels Among Us gespielt, da kommt auch noch ein Video raus, das hat Among Us, habe ich ja jetzt gefühlt, seit zwei Jahren oder so nicht mehr gespielt, das hat ja mal gefühlt eigentlich irgendwie jeder gespielt und alles, überall hat man Among Us gesehen, Among Us ist ja sozusagen das, ist, war das neue, wie heißt es nochmal, Minecraft, ja, und ja, da gab es ein paar, neue, da gibt es ein paar neue Sachen bei Among Us, ein paar neue Modis oder wie man das nennt und da dürfte auch mal gespannt drauf sein, es war ganz lustig, ich gucke mal, wie ich das irgendwie zusammenschneide, weil das war, die Aufnahme selbst war relativ spontan, ich habe, während das Spiel gespielt wurde, habe ich gedacht, so, hey, da könnte man mal wieder was aufnehmen, ähm, aber jetzt nicht wieder irgendwie jeden Tag oder so Among Us, ähm, weil ich will hier auf dem Kanal hauptsächlich Splatoon zeigen und dann natürlich auch andere Games, ähm, ich will mal so ganz vorsichtig, äh, 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 wüstelnd, äh, Ori sagen, äh, ja, weil ich hab, ich will, ich will, ich will, ich will das nicht auf mich sitzen lassen, dass ich Ori irgendwie schaffe und ich würde es gerne mal selbst mal wieder spielen, ähm, aber ja, wir sind jetzt bei Splatoon, wir spielen wieder drei knackige Runden, in Klammer vielleicht vier, mal gucken, ob ich gewinne oder verliere oder wie oft ich gewinne oder verliere, jawohl richtig schönes kräftiges Grün, es ist immer noch Gasmasken Staffel ist heute jetzt vielleicht in diesem Video vorerst das letzte Mal mit Gasmaske, ich werde dann mein Outfit dann für die nächsten Videos ändern, es steht ja wieder ein Splatfest an, diesmal das Thema Eiscreme ich meine Erdbeer Pfeffins und Vanille stehen zur Auswahl ich werde noch nichts verraten ich habe es schon jetzt für ein Team entschieden aber ich werde noch nichts verraten ähm ist mein glaube ich Ende Juli so und The Door hat mich schon weggesplattet mit diesem Pfeil und Bogen Ding ähm ja, so Einfärben nicht vergessen, oh ich mag dieses Grün, also diese Farbe die liebe ich wirklich sehr abgesehen von Blau zum Rumsplatten ist Grün natürlich, wie es erinnert mich so ein bisschen an diesen an so Schleim äh ne ne ja, als Alien so, ja toll schön hinter der Kiste versteckt und mich dann weggesplattet wie heißt der? so gut ja, schon weg ja, äh sieht nicht gut aus ähm ähm, aber das macht nichts dabei sein ist alles auch bei Splatoon kennen wir ja so, auch unser Team ist schon in Wuppa das sind übrigens die auch die Feind, dass ich so wiederhole so der High Hammer muss jetzt was hier weg reisen ja, man kommt nicht dagegen an ähm das sind so die äh traditionellen äh Original Splatoon Farben glaube ich dieses Grün äh Grün und Pink ist das Magenta das andere ist es noch ist es noch Pink ach ist auch Wurst äh Rosa ne, Rosa ist wieder was anderes naja egal so oh hier hat noch niemand gefärbt komisch ähm das muss man natürlich ändern weil äh ja Brauer Onion Cry Onion ist das ah was Zwiebeljack Zwiebeljack spielt hier mit Cry Onion so heißt ja der Film im Original Cry Onion oder Coppola Onion Coppola Ja toll rein in den Splattregenbohnen so selbst am anderen der Party kann ja toll jemand beheißt der Arme oder die Armut äh nennt sich eine Partykanone naja gut ich meine was soll's egal die Runde verlieren wir sowieso egal dabei sein ist alles ach Fernsehsender ist auch dabei für uns schön ähm glätzt wie nun geläuft und ja was gibt's sonst noch zu erzählen äh äh nicht viel Neues ich war äh ich war im Urlaub wie gesagt ich war in Disneyland Paris dürft ihr gerne auf dem äh auf dem Kanal von äh Mario doch Party mal rein so die Uhr ist weg der Partylöwe äh reinschauen was da so war so das war's erstes spiel nach langer zeit naja abgesehen von tollen Farben war das wohl nichts das heißt auch einer the poor and the rich das ist doch ein Team oder die kennen sich doch bestimmt in echt the poor and the rich und dann auch nebeneinander das ist kein Zufall da haben Gumbels miteinander gespielt oder Gumbelines so jetzt weiter Runde weiter geht's für alle die es vielleicht nicht wissen oder die neu sind oder wie oder wat warum nennt sich Kip eigentlich Kip Splat und nicht auch Kip Supernova in Splatoon das ein ganz einfachen Grund bei der Namensgebung ist die Anzahl der oder die Größe der Namen auf bestimmte Buchstaben begrenzt sonst würde natürlich Kip Supernova stehen ich habe noch erst überlegt Kip Nova wäre auch nicht schlecht aber dann habe ich gedacht nein wenn dann muss es schon Name sein der auch zu einem Spiel passt dann habe ich mich einfach für Kip Splat entschieden Hauptsache es steht noch Kip drin es gibt noch einen anderen Kip der regelmäßig Splatoon spielt der ist auf Twitter und ich wollte es nochmal erwähnt haben was es für lustige Zufälle gibt auch einen Splatoon Suchtling wo auch Kip heißt das ist schön so Rolle 2 jetzt habe ich nicht aufgepasst wie diese Map heißt Sache egal ihr weißt das bestimmt besser schreibt es gerne in die Kommentare wenn ihr wollt wenn ihr wollt lasst bleiben so kommt der Highhammer jetzt reden sie mal zur Geltung jawohl aber hier mit einem Wisch ist alles weg Mario hat mich weggewischt oder Mario 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 so schön cool anfeuern weil die Coolbomb ich habe nicht schon mal eine Waffe gehabt wo ich die Coolbomb abwerfen konnte ich glaube ja es gibt ein paar Waffen die recht interessante Ultis haben aber mit denen ich nicht so wirklich zurecht komme deswegen habe ich fast immer die gleiche Waffe wie gesagt optisch gefallen mir am besten der Sprudel Platscher oder der Schwabber also der Eimer aber wie gesagt ich komme einfach mit letztendlich damit der selber wobei ich habe ja den Schwabber eine Überraschung festgestellt was die Kills angeht also das klappt da eigentlich recht gut so ich will den Toll von einem Highhammer erledigt aber dann hat er den Highhammer aktiviert das ist mir übrigens auch schon passiert ich baller auf den Highhammer drauf bis du gehst nicht mehr und es passiert gar nichts und ich werde sofort runter geschossen das selbe auf den Krabbenpanzer der Krabbenpanzer ist eine richtig coole und die Waffe vom optischen her der gefällt mir was war jetzt das verdrückt nein ich will nein nichts denn bei zurück schnell schnell so jetzt habt ihr schnell gesehen was wurde nicht gekillt das das ist das ist einfach der nachteil wenn man mitten im spiel ist und man drückt auf das sehen irgendwo anders drauf diese Tasten müssten irgendwie gesperrt sein während dem spiel und jetzt habe ich vergessen was ich sagen wollte der Panzer ist ziemlich cool vom optischen her ist meine Lieblings und die Waffe und auf Platz 2 dann der Highhammer so die letzte Minute läuft die ich splatten wir noch weg Sam ja ich spiel es noch einmal Sam ich platsche es noch einmal so schrauben wir von Highhammer hat mich der Highhammer erwischt jetzt ja natürlich ähm fön das wollte ich vorhin sagen ich werde so oft von meinen Ulti-Waffen runtergeschossen also vom Highhammer oder vom Rammkanzer und selbst die Bauer manchmal drauf schaff es nicht ähm ja ist eben so 2 1 Ende ich habe jetzt gar nicht aufgepasst ähm wie die Chancen standen wie wir gespielt haben reicht es noch für einen Win oder ist es ah es könnte für einen Win reichen ja warum diese Animation immer drei Ansätze braucht keine Ahnung auf jeden Fall zack Siegerpose Foto für Twitter Runde drei gibt es einen Win dann war es das gibt es einen Lose dann spielen wir nochmal eine Ehrenrunde so ab ins Training so ich habe ich würde gerne das Splatfest wieder streamen wie gesagt ich schaffe es nicht mit der Switch zu streamen ich habe alles ausprobiert mir fehlt nur ein bescheuertes Kabel nein mir fehlt kein Kabel sondern es liegt an meinem Bildschirm an meinem Computer Bildschirm und ich werde mir nicht ein extra Computer Bildschirm kaufen um zu streamen und über den Laptop funktioniert es komischerweise auch nicht also es ist wirklich der Aufwand ist mir wirklich viel zu groß deswegen werde ich meine Splatfest Spiele wieder aufzeichnen und dann einfach die Aufzeichnung als Livestream laufen lassen das ist ein bisschen doof ich würde wirklich 1 zu 1 mal gerne Splatoon wirklich richtig Livestream weil man hat einfach den Vorteil man kann auch Leute dann während dem Stream einladen zum Mitspielen was ich sehr gerne mal machen würde aber wie gesagt ich kriege es technisch nicht hin wenn jemand vielleicht eine Lösung weiß oder eine einfache Lösung weiß wie man wie man mit der Switch trotzdem irgendwie streamen kann ich bin für Ratschläge immer offen oder für Ideen oder für Hilfe immer offen also sehr gerne wer mit mir das auch vielleicht mal Autsch besprechen will kann gerne mit mir über Twitter oder Facebook Instagram weiß der Kugel was mit mir Kontakt aufnehmen und sagen hey Kip ich kann dir gerne helfen im Stream aber wie gesagt entweder ich bin zu doof dafür oder also ich habe herausgefunden dass ich einfach nur die Switch mit also die Switch muss an muss an die Capture Card angeschlossen werden die Capture Card an einen Computer und aber die Switch so wie man eben den Fernseher als Bildschirm hat einfach den Computer Bildschirm dann am Computer Bildschirm angeschlossen sein aber das geht nicht ich habe keinen Anschluss wo ich die Switch an den an meinem Computer Bildschirm anschließen kann und dann habe ich gedacht okay dann machst du das eben über den Laptop weil ab dem Laptop kommen ja auch OBS und alles mögliche aber nee es geht nicht es geht einfach nicht und dass man die Switch nicht einfach über UBS einfach ganz normal an den Computer anschließen kann und der Computer dann sagt so ah und OBS sagt ah okay ähm na gehst wirst du wohl nicht mal der Highhammer hat dich erwischt doch jetzt jawohl ich habe ich habe Phoenix vom Highhammer runtergeschossen jawohl ähm und dass man nicht einfach mit dem USB USB Kabel die Switch mit dem Computer verbinden kann der Computer sagt ah okay da ist was und dann kann man das Starstream nee also ich kriege es jedenfalls nicht hin ähm vielleicht und Phoenix zum zweiten Mal Phoenix aus der Asche vielleicht habt ihr eine Idee ich weiß es nicht ah so letzte Minute läuft läuft das läuft so wenn die Runde rum ist dann erzähle ich vielleicht noch was was ich äh vorhin so düstelnd angekündigt habe nee die erwischt mich natürlich noch äh wegen wegen Ori äh kriege ich noch was so das war's win or lose ich glaube es ist ein lose ich glaube es hat nicht mehr gereicht ja 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 nee es hat nicht mehr gereicht schade aber war ein guter Kampf ja Zebu freut sich sehr äh wegen diesen Emotes ich ich möchte ja so ein so ein Emote wo mein Inkling so so ja so so über die Schulter hinter sich über die Schulter guckt und ich habe in dem Katalog nachgeguckt dass das ziemlich weit äh hinten ist also man braucht da ganz schön viel Katalogpunkte und ich frage mich weil manche haben diesen Emote schon fast am Anfang vom Release des Spiels gehabt und ich frage mich haben die das haben die was für sie 100 Stunden durchgespielt oder kann man sich das auch es ist doch kein Pay to win Spiel Splatoon oder oder habe ich da irgendwas übersehen jedenfalls diese 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 Pose hätte ich gern ähm aber ja wie gesagt ich habe sie bisher noch nicht erspielen können so wir gehen in eine Ehrenrunde habe ich ja gesagt wenn der dritte Kampf los wird dann gibt es eine Ehrenrunde und jetzt ja möchte ich schnell sagen was ich mit Ori wegen Ori geplant habe und zwar ähm ich würde gern mal wieder Ori spielen sowohl den ersten wie auch den zweiten Teil im ersten Teil bin ich ja im Ginzo Baum habe ich kapitulieren müssen ich bin einfach nicht weitergekommen äh ich habe auch gesehen das Spiel wird nach dem Ginzo Baum nicht einfacher es wird immer schwer und immer schlimmer jetzt habe ich einen Tipp gekriegt dass es einfacher wäre mit einem äh mit dem Gamepad zu spielen äh wie mit Mausentastatur und der zweite Teil wie gesagt ich habe da eine Stelle ich kann ja vielleicht mal wenn ihr wollt äh so just for fun mal ein Video darüber machen an welchen Stellen ich in Ori 2 wo ich festhänge wo ich einfach also ihr werdet nicht auslachen ihr werdet sagen ich bin zu doof dafür ähm dass es mit dem Gamepad tatsächlich einfacher sein soll jetzt habe ich ein Gamepad aber das ist so ein Allerwelts Gamepad äh weil ich habe gestern mal ähm Ori mal testweise gespielt mit dem Gamepad und da sind auch die Tasten irgendwie nicht so also man braucht wirklich dieses Xbox Gamepad ähm da ist dann die Tastenbelegung wirklich eindeutig und äh das werde ich mir zulegen und werde dann äh Ori nochmal spielen mit Gamepad ähm werde dem ersten Spiel nochmal eine Chance geben und nochmal von vorn anfangen und äh am liebsten würde ich das war ja meine ursprüngliche Idee ein Nightstream zu machen äh so Fantasy Traum Sleeping Chill Nightstream äh als sich da Ori ein bisschen dafür dafür eignet davon träume ich das so zu machen ich hab auch echt überlegt ob ich das auf diesem Kanal mache oder ob ich für so lange Nightstream Fantasy Spiele Sachen ähm ja Moment gleich geht's weiter so da seht ihr wieder ähm ob ich mir dann einen extra Kanal anlege äh oh sieht gut aus es war ein Doppelkill gerade ähm das überlege ich mir weil ähm hier auf Keep Supernova sind sehr viele unterschiedliche Videos inzwischen vertreten und ich hab mir überlegt hier auf diesem Hauptkanal Splatoon Science Fiction und äh Science Fiction Videos zu machen und äh für so ganz lange Videos die wo eher in Richtung Fantasy oder auch Horror gehen einen extra Kanal äh das auch einen extra Kanal zu packen aber wie gesagt das überlege ich mir noch würde mir aber ganz gut gefallen ähm Alternative wäre einfach auf Twitch zu streamen aber ich hätte gerne äh solche solche Streams und solche Videos dann auch äh später dann online sichtbar und was weiß ich so einen 5 Stunden 5 Stunden Stream auf Twitch dann aufzeichnen und dann auf YouTube nochmal hochladen extra das ist ja wenn dann stream ich da auf YouTube ja und es ist ein eindeutiger Win offiziell gescorcht jawohl und ja kein Wunder Phoenix war jetzt in meinem Team und ja wunderbar ich kann mich nicht beklagen das war jetzt richtig schön äh ich würde sagen 2 zu 2 ist doch ein gutes Ergebnis ja was haltet ihr von der Idee also die wo jetzt äh zuschauen und wo auch Bock haben zu kommentieren äh Fantasy Horror auf einem separaten Kanal äh wo aber dann wirklich konsequent aber dann wirklich nur die ganz langen Videos und Streams kommen oder einfach alles hier lassen ich überlege mir es noch mal gucken so da soll es für heute auch gewesen sein es hat mich gefreut diese Erweiterung muss ich mir unbedingt noch zulegen ja toll Verbindung unterbrochen schön äh zum Glück ist es jetzt hier passiert nicht während dem Spiel ähm ich lasse es jetzt einfach im Video drin ähm es hat mich gefreut äh die Erweiterung hier die muss ich mir unbedingt noch zulegen ah ja und und den Story Modus Story Modus von allen drei Splatoons steht ja natürlich auch noch an äh es gibt jede Menge zu tun ähm ich hatte ja jetzt zwei Wochen Urlaub aber ich hatte im Urlaub wirklich was anderes zu tun wie jetzt zu zocken bei der Hitze macht das auch nicht so viel Spaß aber zum Zocken ist immer Zeit so ich wünsche euch was äh macht's gut und bis zum nächsten Mal kipp Supernova over and out